Hallihallo Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft live in the woods doch irgendwie doch schon irgendwie jetzt habe ich vergessen die Musik anzumachen ich bin schlau komm wir fangen nochmal an Läuft bei mir Läuft bei mir Fall Du kannst mir auch ordentlich Hier gibts nix Nein Nein Bei mir läufts weiter So Lebt damit Ich fang nochmal an Ja ja mach du bei dir kannst du nur anfangen bei mir es ist alles drauf Ja nochmal Hallihallo Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück bei Minecraft live in the woods mit dem Darky Priest Hallo Und meiner Wenigkeit dem Knusperkopp Ja Zwischenzeitlich hatte ich mal kurz Langeweile hab mal ein bisschen Eisen gefarmt Hab hier durch Zufall gleich mal einen Kader gefunden das ging ganz gut Ähm hab jetzt nicht so mega viel gefunden aber ich steh grad im Darky drin das ist auch ganz geil Ja ich hab mich auch grad gefragt wie Junge Junge ich komm nie wieder raus Ja und äh Darky möchte hat langsam wieder ein bisschen Heimweh schon Naja noch nicht so schlimm aber Was ist denn das da hinten für ein Baum Ich weiß es gleich auch nicht Ein Baum So warte mal ich guck nochmal kurz aufm Atalas Wir laufen genau in die falsche Richtung aber ich will jetzt wissen ist das ist das hier Warte mal was ist denn das Da waren wir da schon Ah ja da waren wir ja schon Okay Der Chef hat geredet alles klar Ja wir müssen ja Nein alles Na entweder nach da da laufen wir Ach ich drücke immer M für Map Aua 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 Ne da laufen wir Da laufen wir nach Kack Sehen Da laufen wir nach oben Also Richtung Heimat wieder wenn wir jetzt in die Richtung laufen würden wir wieder Richtung Heimat laufen So wird man noch ein bisschen Warum hast du eigentlich Flossen an Weil ich die hier in der Schmiede gefunden hatte letztens Flossen Ja Flossen Floskeln So also wir könnten hier noch ein bisschen in die Richtung laufen und dann nach da laufen Und dann quer rüber und dann wären wir wieder irgendwann zuhause so in die nächsten Stunden Ne 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 so muss ja nicht sein Ja in die nächsten Stunden Na wir laufen jetzt trotzdem noch weg von zuhause im Moment Das ist gut Also von daher brauchst du ja darum jetzt nicht so die Sogen machen Ne ne das ist gut Oha Mensch Ich weiß ich hab auch Bock zu bauen aber wir müssen halt auch mal ein bisschen reisen wir wollen ja ein paar neue Sachen finden Das ist wohl wahr Plus wir müssen uns dann irgendwie noch ein paar Leder besorgen und weil die hatte glaube ich alle die der liebe Herr Ne die hab ich Ok Also Rucksäcke machen ist jetzt kein Problem Brauchst du einen Kann ich dir direkt 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 Da Oh ne Na Ah Doch noch Doch noch Doch noch reingehübt Ja ich hab auch grad im Rucksack technisch gar nie die Lust das zu äh sortieren deswegen Ich hab immer einen Rucksack einstecken wenn der voll ist dann nehm ich einen neuen Ja So mach ichs nämlich auch Ich suche das auch nicht Ja ich hab da wir haben grad wir haben noch warte ich kannste sagen äh 32 Leder also von daher geht noch Nein Supreme Pizza ich muss was auch äh epic Beacon 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 Ach den hat sie letztens in der Dings gefunden ne Ja um In der Pyramide 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 Pyramidtsa Mmhmm Nein, ich muss bloß aufpassen, dass ich hier den ganzen Essen nicht wegpacke und dann verhungere irgendwann. Was ist denn das schon wieder gebrannter Ton? Oh, lass mich mit ihm... Wo ist er denn? Ich bin hier stehen geblieben, sorry. Ja, ich such dich gerade, aber ich... Oh, ne jetzt, oder? Oh, ne, Mutti. Ach, da bist du. Schaufel, 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 ja. Na, dann schaufel mal, mein Junge. Ja, ich schaufel, aber das hört nicht auf. Das ist ein bisschen ungünstig, würde ich jetzt so sagen. So, ich bin da. Nee, rechts, ja. Wo ist rechts? Ja, gerade, nee, du warst jetzt richtig, fast. Nee, weiter rechts, weiter rechts. Aua, Mann! Ja, genau, in die Richtung, bitte. Ich hüpfe hier rum, ich... Du müsstest mich gleich hüpfen sehen? Ja, da oben. Ja, okay. Jut, jut. Da ist ja Öl. Ja, ich weiß, das kommt häufiger immer vor. Ich war so stolz, dass ich das gerade irgendwie erkannt habe. Warte mal eben, eben ganz kurz. Eben, eben. Muss mal eben, ne? Weißt du Bescheid? Nee, weißt du nicht. Kacken? Nein, nein, nein. Also auch, aber nein. Aber nicht jetzt in der Aufnahme, bitte. Oh. Ja, wir müssen auch mal... Also wir... Ich kann's ja schon mal sagen, eigentlich. Wir haben... Wir machen jetzt die Aufnahme-Session noch ohne zusätzliche Mods. Aber wir haben vor, bald uns noch ein paar Mods zuzulegen. Ja. Ähm... Das wird vielleicht auch cool sein. Aber die meisten werden sie kennen, also von daher. Was los, Darki? Ich bin... Ich bin breit. Was ist ein Kaktuskack was gemacht? Ich bin mal... Hardened Clay. Nom nom nom. Red Sand here. Ja, haben wir ja. Na, genau. Was denn du? Nee. Klar. Ach man. Ey, das siehst du nicht. Na, eigentlich siehst es ja. Aber wenn du halt einfach läufst und auf alles andere achtest, dann... Übersiehst du es gerne mal. Ja, ich ja auch nicht. Siehst du? Also, siehst du nicht? Ja, hier siehst du es zum Beispiel. Den Unterschied sieht man schon. Hast du den Timo angemacht? Der sieht... Jaja. Der sieht aus wie... Als hättest du mal dran gestrult und der sieht normal aus hier. Was denn? Aua! Mann! Warte mal auf! Wir hauen uns hier gegenseitig auf die Mütze, Mann! Von den roten Dingern, da hat man ja welche, ne? Ich glaube. Von den Bäumen hat man ja welche geholt. Ich weiß nicht. Also, vielleicht eine... Eine Fuhre Saplings könnte ich mal eben noch machen. Ja, ich hab glaube... Warte mal. Ich guck mal. Irgendwo hatte ich... Ich werde glaube weitaus genug Saplings dafür, deswegen würde jetzt... Jetzt hab ich auch. Ähm... Wie viel hab ich denn? Fünf. Fünf, da kann man viele draus machen. Ja, und ich hab sicher... Aber eigentlich müssen wir nicht immer ein ganzes... Ach quatsch, ein ganzes Deck. Nee, ich hab... Ich hab auch irgendwas über 10 Klo oder so. Also von daher. Wir haben schon welche. So ist es nicht. Eigentlich sind wir ja doof, dass wir alles doppelt machen, aber... Da ist alleine, weil dann ein bisschen Wasserweil ist. Ja, das ist... Ja, aber ich hab aber auch jetzt keinen Bock an da hin und her zu sortieren. Das... Wir haben ja gerade die... Die Macht der Rucksäcke. Also von daher. Du... So, was haben wir denn da? Weingärten. Ich lass einfach mal... Ich lass einfach mal ein... Dorki vorlaufen. So. Hier ist Gravel. Okay. Hier... Hier sieht es irgendwie aus wie Weingärten. Oder? Was ist es, ein bisschen? Ey. Hä? Der klaut schon wieder. Ja. Ich bin nämlich durch die Pflanzen bin ich irgendwie immer full. Na? No me dirt. Hiiii. Du hast mich abgehängt. Aber sowas von du. So schnell kannst du jetzt gar nicht gucken. Ich bin oben. Das ist wie ein Pokémon der dir entkommt, ne? Psss. Psss. Hör, 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 geh weg. Hehehehe. Hehehe. Hä? Blaue Blumen. Blaue Blumen? Blaue Blumen sind hübsch. Aber ich nehm sie mal nicht. Wir brauchen, wir brauchen übrigens, ähm, also roter, blauer und grüne Blumen, ne? Also brauchen wir einiges. grüne ich bin mir geht um es geht um die mod also dabei ist jetzt sowieso spätestens jetzt ist sowieso jeder besteht aber dafür du brauchst alle farben drinnen damit du überhaupt da was kraften kannst deswegen kann schon wieder nichts einstecken deswegen deswegen blaue blumen gar nicht verkehrt obwohl das wahrscheinlich kein blau gibt sondern eher es gibt gar nichts kann das sein türkis ja das gibt türkis das geil aber türkis eine blumen sind auch schön so wo bist du jetzt mein herzl hier bin ich ich sehe dich ich habe mal wieder ich habe wieder die andere playlist mal drin so mal als abwechslung immer diese lalala musik sondern mal auch ein bisschen was mit der action hier ach ne flachs musste man ja so abbauen eigentlich ja mit der schere was denn das für ein boom hier ist ein brunnen ich weiß noch nicht ach ich habe flossen ich könnte mal reinhoben eigentlich aber warte mal vorher wo ist denn jetzt rucksack na könnt mal reinhoben ich habe ja flossen falls es dort noch weiter runter geht weißt die frage ist wenn du zu uns stirbst geht richtig weit nach unten sag ich dir was sind das eigentlich mosey stone bricks aha oh ja das ist so was ist das für ein baum oh salix holz geht los junge das geht überhaupt nicht weit nach unten das wird ja sorry sorry dass wir das jetzt zerstören müssen aber wir brauchen saplings davon für das ist ich habe da gerade in ein gesam achten du hast mit dem wieder gemobst da liegt irgendwas ist der aber der will mir und ich glaube wir machen jetzt irgendwann bis das komplette inventar voll ist mit mit dings mit mit dings ist immer gut nein mit zepplings und und irgendwelchen verschiedenen pflanzentypen ja würde ich sagen machen wir was das voll ist also was ich zum beispiel geil finde ist dieses schilf ich stehe auf schilf ich stehe auf schilf nehmen wir mal das holz hier mit ich stehe gerade um also wir machen jetzt den punkt hier kaputt weil wir halt den baum jetzt brauchen es sah zwar ganz hübsch aus so ein kleiner brunnen aber so ein verlust ist jetzt auch nichts kommen noch ein paar setzlinge runter ich bin schon wieder weg ach so ich habe blöd 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 oder zur kiesse ja jetzt haben wir die betten nicht mitgenommen weil wir doof sind noch weil wir achten sind weil wir echt so schlau sind alter so schlau ist doch kein mensch alter sind wir doof ernsthaft aber wenn du wolle hast dann wäre das top für ein bett na dreimal wolle ist ein bett ja das macht dann auch keinen sinn ja eben ähm warte mal eben ich muss mal schauen also wenn dann wenn dann rupp ich das jetzt komplett weg weiß es sieht ja doch irgendwie doof aus das kann ich damit nicht leben verstehst du ja wie viel hast du drei das ist der erste rucksack okay na 3 ist ja schon mal im bett das schon mal gut geht mit orangen ja ja klar die farbe ist wurst ich sehe nämlich ich sehe nämlich gerade nie so richtig was ich hier tue und ich aus und außerdem außerdem muss ich mir noch mal einen rucksack machen okay läuft ja ja läuft bei mir alles gut hier diese treibsand ein stück oder so das ist da auch wieder scheiße ey sowas sortierst wieder ein gelber holunder aha eisgekühlter ne egal eisgekühlter holunder was ist denn das ein werfer ooooo krass hier ist ja doch was alter gut dass wir das äh doch hier auch mal geguckt haben was denn in dem werfer war frischwasser drinne vier komplette stacks und ein trinkbecken also wie so ein kleines brunndings sieht bestimmt hübsch aus irgendwo okay und einen werfer kriegt man auch das ist cool nice ne ich kann leider nur naja da müssen wir halt gell leider noch aber ich schau nochmal ich räume nur nochmal fix auf ein bissl ah wohl acht ja ich hab acht wolle so wundervoll so na komm her hab ich denn jetzt hier ach matsch sammle ich noch nebenbei ein na immer noch an dem brunnding mhm also wo jetzt kein brunnen mehr ist natürlich aber weiss ja nie wo du ich mach mal Fackel an ah hier wii wii gib mal gib mal gib mal ja kannst du mir mach mal du zwei betten und ich geb dir Wolle ja weil ich habe ja den rucksack hast du nicht auch so einen rucksack ich bin verwirrt hab ich hab ich hab ich äh ich schliege ich schliege ich schliege ne weil da irgendwie ein krassbeschlimmen Weg ist oder sowas Gute Nacht meine Lebenfreund Gute Nacht Gute Fight man Gute Fight Gute Night Gute Sagen so ok gehen wir weiter welche Richtung warum waren wir jetzt unterwegs weiß ich gar nicht mehr ach so hier in diese eher boah guck mal hier unten die riesen Wasserpflanzen ey mhm die Unterwasserpflanzen die sind auch ganz cool die können wir auch abbauen das bringt uns aber nix ne ja wir können sie wieder neu setzen dann irgendwann und die wachsen halt wie der Bambus eben nach oben bloß im Wasser eben so wie ich das glaube also so wie ich das glaube mitgekriegt hab ok Pfeilchen ah kann ich dir auch eins verpassen brauch man also nie mitnehmen ich hab ja oh blaue Blumen hast du die schon? welche? ne ähm manstreu oder wie die hessen kann sein dass ich die habe aber ja da hätt ich sie dir direkt dir überlassen aber guck mal Schafe guck mal ich hätt sogar ne Schere da brauchen wir die nicht immer killen Todesnessel kurz nochmal Schafe geschert einfach für Notfall einfach nur weil du's kannst alter ich lauf hier schon wieder lang und klopp irgendwas einfach weg ne was ich bestimmt irgendwann schon mal eingesammelt hab und ähm ja vielleicht müssen wir zwischen die Aufnahmen mal kurz doch irgendwie rumsortieren ich weiß nicht ich kann schon wieder was nicht aufnehmen und mein Rucksack ist glaube ich schon wieder voll Alter ich müsste mal oder zumindest ich müsste mal was rausschmeißen was ich äh was was sinnlos ist so wie der 3er stack Treibsand und das machen wir lieber zwischen den Aufnahmen naja menn ich ja menn ich ja aber halt sowas wie 3x Sand oder so weißt du hab ich jetzt in dem Rucksack drinnen das ist total für den Arsch eigentlich also ZDK ne ZDFK ja auch ja ich hab kein Schwert das ist ein bisschen ungeil gerade wieso hast du ein Schwert wenn wir mal ja Kühe rumrennen ich wüsste jetzt auch nicht wo meins ist es ist in irgendein Rucksack aber ja wegen wegen Leder nochmal aber ach eigentlich tut es auch die Not jetzt gut komm 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 na ihr Schweinchen ich hätte gern nochmal irgendwas cooles gesehen so bevor wir nach Hause gehen das wäre schön würde ich mich sehr freuen aber ich glaube wir haben wieder kein Glück erzähl mir was cooles ich will was cooles sehen was denn? und das hier Fichtennadeln blaue Knüppels was willst du jetzt mit Knüppels? blaue Knüppels hier ist alles voll mit blauem Knüppels ich höre mir zu lang also bei mir läuft es wesentlich flüssiger ich finde das schön so ich muss erstmal hast du du hast mich aus den Augen verloren richtig? jup cool 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 mach mal die Fackel an haha haha läuft bei dir ich mach doch gerade noch blaue Knüppels ich weiß gerade nicht wo ich war ich gehe mal auf dieses Bergchen hier drauf ich bin hier an dem Strand und wo bist du dann lang? gar nirgends ich bin gar nicht weg ja ich habe dich gerade gesehen ich komme hier oben auf dem kamm die entgegen so gehen wir weiter schon wieder fehlt da bei dir auch ein stück welt ja ist gut bei mir fehlt dir wieder ein stück welt ja ist gut bei mir fehlt trotzdem stück welt man mit dir alles gut wo ist denn hier ja nur eine firma bürger und was ist kürchen ok kürchen 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 mann gleichen baum macht ja doch so keine kürchen das sind bürben kürchen scheiße ich hab geplatzt werden hast du ne du hast auch kein platz wundervoll wundervoll ich mache einen anderen muss man die ganzen blumen einsammeln da muss man aber richtig bedächtig mit umgehen wenn man nur eine kirche hat ich kann schnell nach hinten losgehen ne wir haben hier noch eine guck hier hängt noch eine hast du die jetzt ja ne geh ich von außen ja ja die sind halt zwar noch nie reif aber man kann sie halt jetzt hab ich's ne du hast sie aber man kann sie halt trotzdem einsammeln wenn es nimmer und ich hab immer noch das problem dass hier ein stück land bei mir gerade fehlt ich könne auch mal fix relocken eigentlich dann müsste es ja wieder in der pause mein freund nein aber ich kann auch außen rum laufen da wo was fehlt das geht auch wenn ich zu viel würde fehlt geht alles da wir ja kein wirkliches ziel haben ist ja nicht so schlimm ne wirkliches ziel wirkliches ziel ziel mann ich hab gar keine geschätzt schwäche ne ich auch nicht tschüss mann so hier kann ich hier kann ich weiter laufen ist ja lustig was ist das da oben wo ist hier da ist ja das ist schnee aber das sieht aus als wäre das wäre das lila äh pink oder rosa oder sowas ist das da oben der der bergipfel da sieht ein bisschen rosa aus ne hat sich bei mir noch nicht ganz aufgebaut aber sieht ein bisschen äh pink aus aber ist äh schnee ja ich hoffe doch wieso willst du jetzt schnee mitnehmen oder was macht keinen sinn ne ja ja schnee bräume ganz sicher ne da brauchen wir ja bloß einen schnee golem machen da haben wir ja genug schnee golemse also ein schneemann also ein kürbischneemann ach egal du bist hinter mir ja 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 oh hier gibt es wieder hier gibt es wieder äh pfannenklapfen pfannenklapfen hm wieso brauchst du da nie zapfen wiss ich noch nie wieso ich nehm es einfach mit ja hier gibt es auch noch einen also da will ich jetzt gar nicht erst ein stack von mir anfangen ne ne ich nehm bloß die mit die mir grad ins gesicht springen ach so weil im prinzip können wir ja alles was wir finden irgendwie nachzüchten richtig bist du ja da bist du ich bin da ich muss mal aufhören jetzt die blumen mitzunehmen ne die kloppen mir das ganze inventar zu echt will ich ja ja so ein bisschen freie rucksäcke voll mit blumen ich weiß es nicht immer nur fünf stück ich hab glaube sieben rucksäcke einstecken oder so wollen wir ja den berg hoch ja ok was sind das laubeer warum laubeer hm ok könnte ich eigentlich das ist ja sowas könnte ich eigentlich gleich wieder wegschmeißen weil davon haben wir echt genug hüpf 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 wir sind übrigens bei 22 minuten also wir könnten wenn wir wollten aber wir wollen eigentlich nehmen müssen trotzdem ah ist ja doof ja jetzt warten wir eben bis wir oben sind hier oh was ist denn das papierseitenbast hä ne weiße blumen die sieht auch schön aus kann man mal machen ok ah ein kürbiskopf hm haben wir genug auf dem feld deswegen nehme ich den jetzt gar nicht erst mit blau schiefer alles klar kommen wir hier noch weiter hoch wäre ja mal interessant mit dem schönen anblick da hinten los da ist so eine gerade steinfläche irgendwie und ein ruckelwald vor unserer Nase gole 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 Aua ich bin tot verhunger nein du verhungerst verhungerte ach nö dein Ernst wo ist denn dein Grabstein ja hinter dir warum verhungerst denn du mein lieber müsstest du da merken wenn du so langsam wirst ne muss ich nicht mehr hä wo ist denn dein hä ich hab jetzt null gemerkt ach shit ja hier warte mal da bist du da bist du jetzt genau bis jetzt genau vor mir hä hier kein Grabstein ja ich bin ja noch nicht respawned ähm ja gut dann würde ich eben sagen danke fürs zu sehen meine lieben Freunde und bis zur nächsten Folge von let's play live in the woods also von Minecraft jetzt hab ich's auch mal falsch rum ich seh hier deinen Grabstein warte mal und heute mit dabei war der Knusperkopf ja und meine Wirklichkeit der Lucky Priest und ja bis zum nächsten Mal danke fürs Nusein tschüss macht's gut tschüss